So, willkommen zurück zu Palette 2. Wir machen Crimespree weiter. Okay, Stefan hat keine Lust. Dann spiel ich alleine weiter. Crimespree, wir machen den D- So. So, zack. Lass mich rein. Get to the Secur- Get to the Chopper. Get to the Chopper. Hi, hi, hi. Security ist unten. Hi. Fallen- Ich hör hier- Achso. Ne, hab nix gesagt. Ich wollte grad schon- Ne, gar nicht. Ich hatte grad nen Frame Ampo. Auch kein Glascutter. Wulff, komm jetzt her. Wulff, komm jetzt her. Wulff! Appeljuice ist steinig. Ich weiß gar nicht, hab ich ein Minimum-Level dran. So, ich hoffe, die taugen jetzt fast. Äh, 87. Äh, 87. Einer, der jetzt mitmacht. Bam, badam, bam, bam. Pam! War ich das etwa? War ich das etwa? Pssst. Stär mich nicht beim Eingießen. Beim, beim Eingießen. Steve Urkel hat das immer gesagt. Bei. Alle und alle nach. Pssst. Stär mich nicht beim Eingießen. Oder wenn er was kaputt gemacht hätte. War ich das etwa? Da hat irgendwie so'n Brand drin. Man. In einem Zug ist das halbe Glas leer gemacht. Adam Snow. Nicht Jon Snow. Jon Schnee. Jetzt geht ja auch bei Game of Thrones weiter. Ne, ich spoil' auch nichts. Ich sag' dazu, ich sag' nur, es geht bald weiter. Ich glaub' im April, glaub' ich, soll's jetzt weitergehen. Doch, Juni? Hm. Egal. Es geht auf jeden Fall bald weiter. Egal. Gut, morgen. WP- Oh. Gesagt hat, ja. Er ruhe in Frieden. Seine Frau war übrigens die Erfinderin, glaub' ich, von Benjamin Blümchen. Ja. Mir wurde ja mal vorgeworfen, dass er, ähm, unfreundlich ist. Das war aber wohl, äh, das war hier in Duisburg. Ich glaub' in Hochfeld oder Marxloch war der. Und die Kinder waren richtig assig zu denen. Ja, dass ich wohl nur ein bisschen über die Kinder aufgeregt hab' dass wir sie's doch mal bitte benehmen sollten. Und dann wurde ihm direkt, äh, daraus geschreckt gedreht. Im Sinne von, ja, er wird ja keine Kinder mehr. Ja, das war ein Duisburg. Duisburg! Jetzt geht's und ja, ich schau' nicht durch. So. Jetzt können wir 20 Sekunden nach. Tääää. Bam! Apple Juice und Adam Snow. Adams Snow. Adams Snow. Adams. Adams Schnee. Welten? Warum schmeißt er da eine Granate hin? Das war doch niemand. So. Ich muss gleich mal gucken, kennen wir so leichte Frame-Einbrüche. Äh, tschüss Statue. War ich das gleich klar? Aber im Hintergrund irgendwo noch was läuft. Ah, der zweite Weltkriegsraum. Als wir das Chevaleri Pack rausgebracht haben, war hier alles von Chevaleri. Ich glaube Chevaleri ist aber falsche Ausspruchweise. Es ist mir auch vollkommen egal. Was fliegt denn da hinten? Ups. Ist von dem Cop, den ich da gerade umgerichtet hab, der Helm. Hör doch auf den Scheiß, das scheiß Loot zu sammeln. Er will doch keinen Mensch haben. Fünf, zehn, vier, zehn, drei, zehn. Fünf, zehn, vier, zehn, drei, zehn. O denken Sie so, wenn wir hier alle öffn. Es geht darum, die Agora zu stehen. D Dann na und auft meine Hörer sind! Also ist hier am Teard zu funny. Die Mischung ist unten. Die Mischung aber realistisch. Was wir als Heister nie bekommen haben, waren Rauchgranaten. Die Meister haben doch nichts vor ihm. Was ist das für eine Pistole? Hat der mich gerade gehauen? Ein Polska, ein Pole Joint. Haben wir die Zeitnimmel mit der Einigung? Was ist das für eine Pistole? Das war's. See, it's like a response to the... ... und zu viel auf der Bühne. Dozer! Blah. Ich glaube der Schreibton Oder überlegt ob er sich jetzt zum Spiel verpissen soll, weil er scheiße ist Ach stimmt, der Pole wollte ja auch noch rein, da warten wir die ganze Zeit drauf Greetings das hat snippy snip Dann sind wir jetzt für den Medix, weil die einen Medix ist. Schauen wir mal ob er den drill ist. Okay, nur leiser ist das. Ah, sehr schön. Eine Minute nur, das ist bedeutendlich schön. Ach ja, so, dann sind die beiden auch weg, dann sind auch alle weg. Das Problem, also das Problem anführungsweise von meinem Skill-Tree oder meinem Skill-Set ist, ich muss eigentlich die ganze Zeit einen ziemlich hohen Damage-Output haben. Deshalb ist die Schrotfunktion natürlich noch besser, weil die die Halten auch eine sehr hohe Streuung hat und ich einfach nicht sehr präzise schießen muss, um was zu treffen. Hm? Move! Medical Officer here! Enemy medic is no more! Shields down! Shields eliminated! Blue Team. You're not dead yet. Fuck you, Edded. Hello, a shield! Not a shield. Shields down! Touch it. Paint it down! You got it. The diamond, they're not that time. And catch them, we'll pull that one out! soo, zündel winters schon da? ne noch nicht er nährt sich aber pipi haha, das war kommentar von shannon dazu na wo ist der winters fahrradbomb, den hab ich früher auch geguckt tcn stratmaniac hab ich früher auch geguckt jen mcfair, das kennt auch jeder hm weil ich nicht overkill approved war oder bin da ist der winters hm also bei den neuesten da sag ich sogar was für ein winters dabei ist ich hab jetzt gehört wenn ich das eine gesagt hätte er ist captain komm mit me follow me follow me komm mit me komm mit me soo wunderbar crime spree geschafft gut, das war der crime spree und dann bis zum nächsten mal tschüss hier Bis zum nächsten Mal.